Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Umbauten des Universitätsgeländes im Zuge des geplanten Audimax sorgen in Lüneburg nach wie vor für Diskussionsstoff. Meine Kollegin war für Sie live vor Ort. Ihre Meinung zum Bauvorhaben? Also, die Meinung der Demonstranten ist unterstützungswürdig, wenn auch aufgrund der sicherlich schwierigen Situation fragwürdig und nicht endgültig reflektierbar. Die Demonstranten verhielten sich friedlich. Ausschreitungen gab es keine. Wasserwerfer! Was ist passiert? Es ist eskaliert. Wir waren gezwungen, Wasserwerfer einzusetzen. Ihre Meinung zum Veranstaltungsstreifen? Veranstaltungsstreifen finde ich ja total super. Etliche neue Location zum Vorstellen in meiner neuen CD. Wir wollten ihn gerade runterholen und dann käme das Kommando Baustoffwisse. Da kannst du nichts machen. Jo, das ist voll nicht piecig mehr, das Ganze. Das ist schon... Ey, guck mal, das Tier, ne? Das Tier ist voll vom Aussterben bedroht. Das kannst du doch nicht bringen. Mann, ey! Kollateralschaden. Die Zukunft ist der Bahnhof. Sie meinen auf den Veranstaltungsstreifen? Whatever. Hier geht es immer noch drunter und rüber. Die Konten sind verhärtet und es konnte noch keine Einigung erzielt werden. Wir sind hiermit zurück nach Schriftgarten. Im Hamburger Zuwurde heute... Geレhmen. Die Zukunft ist der Bahnhof. Die Welt ist wieder hin. Wir sind jetzt nicht verhört.